Hallo, mein Name ist Willi Gräb und ich leite die Firma LEAX hier am Standort Detmold seit Anfang 2018. Seitdem ich bei LEAX arbeite, haben wir eine Reihe Erfolge erzielt und wir suchen kontinuierlich Mitarbeiter, die mit uns die Zukunft gestalten wollen. Als produzierendes Unternehmen verdanken wir unseren Erfolg insbesondere unseren fast 120 Mitarbeitern. Wir suchen jederzeit kreative Köpfe und tatkräftige Hände, die unser Team unterstützen möchten. Mein Name ist Diesendorf, ich bin mittlerweile elf Jahre in einem Unternehmen. Ich bin Zerspaner, wie man sieht, Dreher, Fräser, zwischendurch mal einrichten, was messen. An dem Unternehmen gefällt mir besonders gut, dass ein familiäres Verhältnis herrscht. Also sehr gut würde ich das beschreiben. Wenn einer irgendein Problem hat, der andere hilft sofort. Keiner lässt einen im Stich sagen, was mal so, ne? Hallo, ich bin der Michael, bin 35 Jahre alt, bin jetzt seit fünfeinhalb Jahren hier und bin in der Verzahnung tätig. Das heißt, ich sorge dafür, dass die Zahnräder und Wellen ihre Zähne reinbekommen. Also für mich passt das Gesamtpaket. Also ich wohne quasi um die Ecke, ich habe eine kurze Anfahrtsstrecke. Die Kollegen sind alle super, das Arbeitsklima ist super. Jeder Tag ist was anderes. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum Sie bei LEAX arbeiten sollten und was uns so besonders macht. Bei uns sind Mitarbeiter mehr als die Arbeit, die sie verrichten. Wir glauben, dass unsere Mitarbeiter gerne an die Arbeit kommen, weil sie hier nicht eine Nummer sind, sondern weil sie für das gewertschätzt werden, was sie jeden Tag für uns leisten. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind Teil eines komplexen Wertschöpfungsprozesses, an dessen Ende beginnend bei Sägeabschnitten, Schmiederohlingen und Gussteilen komplexe Produkte wie Zahnräder und Zahnradwellen oder gar Komponenten, Systeme wie Getriebe für unterschiedlichste Industrieanwendungen entstehen. Wir arbeiten mit modernster Technik, um die steigenden Qualitätsanforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Motivierten Mitarbeitern geben wir die Möglichkeit, sich bei uns im Unternehmen weiterzuentwickeln. Hi, also ich bin David Wiebe. Ich bin jetzt seit elf Jahren hier im Unternehmen, arbeite hier als Teamleiter einer Getriebemontage. Meine Aufgaben sind Koordination von dem Team hier, Planung für die Mitarbeiter, teilweise mit unterstützen. Sollte es mal viel los sein, dass ich auch am Montieren bin und halt Arbeitsabläufe zu optimieren. Besonders gut auf jeden Fall die Kollegen. Das Team hier ist ziemlich cool. Kommen alle gut miteinander zurecht in ein komplett gemischtes Team von alt bis jung. Die Arbeitszeiten, die abwechslungsreiche Arbeit. Also ich bin mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden. Bei Problemen oder bei Kleinigkeiten. Ich habe immer Ansprechpartner. Es wird auf mich eingegangen und genau so können die auch auf mich zählen. Prinzipiell würde ich jedem empfehlen, hier zu arbeiten, der auf so einen Job Lust und damit Spaß hat. Also ich würde auf jeden Fall jemandem empfehlen, hier zu arbeiten. Ich persönlich war ja selber früher als Querensteiger hier eingestiegen. Ich habe mich sehr schnell angearbeitet und es macht einfach Spaß. Ja, definitiv. Wegen den Arbeitszeiten, dem Kollegium und der flexiblen Arbeit. Sie sind offen für Veränderungen, bereit in einem Team mitzuarbeiten, den Erfolg mitzugestalten, zielstrebig. Dann bewerben Sie sich bei uns. Wir mögen es einfach. Klicken Sie auf den Button Jetzt bewerben und prüben Sie innerhalb von 60 Sekunden, ob Sie in unser Team passen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Also sehen uns bei der ersten